meine lieben geschwister ich hoffe wo bleibt ihr ich hoffe es geht euch gut da kommen die ersten schon die winken mir sogar gut da muss ich mal zurück winken hoffe dass euch gut geht alles in ordnung bei euch hier ist es so kalt in der bude muss man die füße auf die couch drauf machen mit dem füßchen nicht einfrieren naja okay meine lieben geschwister ich werde immer gefragt als was arbeitest du so weil das ja so wichtig ist so dann frage ich euch jetzt mal als was arbeitet ihr denn überhaupt erzählt mal erzählt mal was er arbeitet möchte ich jetzt mal hören so ich bin reiseführer verhatsch unternehmen nummer so nebenbei aber es sieht momentan es sieht momentan ganz alt aus keine aufträge kein nix muss ich gucken dass was sagen du bist in der schule hamdulillah okay du bist si bäckerei sehr schön mashallah cool jura student ich dachte die sind das klemmtner ok klemmtner alles klar also student schülerin mashallah bauingenieur wesen e-commerce manager yo kfz lackierer mashallah ausbildung hotelfachfrau sehr gut mashallah verfahrenstechniker besser reiseführer umra 2017 ach so bester reiseführer umra 2017 jeder an anderer geschmack bruder aber danke für das kompliment diplom in einer islamischen welcher müssten die prediger nicht haben weil die dauerarbeit genug ist ja es ist ja eigentlich so es ist ja eigentlich so dass das prediger auch gleichzeitig sind die die also wissen auf der wissenssuche sind und die haben ein recht auf der kelle eigentlich nach imam rasali beispielsweise mechaniker haben wir hier software entwickler marshaler super und es ist ja auch einfach so wenn man effektiv für die oma arbeiten will dann kann man das am besten wenn man den rücken frei denn keine andere beschäftigung hat ja das ist eine ganz klare sache der imam von der moschee der ist ja auch nicht noch zwischendurch irgendwo dann arbeiten wenn er das kann ist das natürlich sehr gut aber wenn man ihm den rücken frei hält damit er sich auf seine arbeit konzentrieren kann für die die leute für die die leute also die für die leute wichtig ist ist natürlich besser so wäre gerne bestatter okay okay ich habe erst mal eine gute nachricht für euch heute ist wieder ein jude zum islam konvertiert allahu akbar was ist was geht hier ab leute was ist hier los es ist echt unglaublich mashallah tabarakallah unglaublich so jetzt warum habe ich euch nach den warum habe ich euch nach den jobs gefragt ihr habt ihr alle möglichen ihr habt alle jobs angegeben und so weiter ich könnte jetzt sagen damit die leute sehen dass wir arbeit haben weil die kommen immer alle sollte alle arbeitslos ihr ausländer diese ganzen afd anhänger die sind selber arbeitslos so die sache ist mich hat ein jugendlicher kontaktiert und ihm wurde gesagt dass er nichts liken und teilen soll weil man den job verliert ich glaube der arbeit ich glaube der ist noch schüler weil man ansonsten den job verliert gehst du ins solarium genau so sehe ich aus ich sehe ich sehe haar genauso aus als wenn ich ins solarium gehen würde so schön braun schön gebräunt wie ich bin ich habe die mondbräune kennt ihr die mondbräune die leute die im vollmond stehen so so welches buchari ist gut zu kaufen auf arabisch für anfänger bruder ich habe selber eine buchari ausgabe in einem band ich habe die lieber in einem band weil die weil die nummerierung sehr gut ist uns übersichtlich als wenn ich neun bänder habe ja aber warum habe ich euch das gerade erzählt warum habe ich euch das gerade erzählt liebe geschwister ich habe euch das gerade erzählt mit mit diesem mit diesem bruder guck mal die leute werden so von uns abgehalten indem man denen sagt boah geh bloß auf die seite geh bloß nicht zu einem vortrag muss ich dahin kriegst voll die probleme und so weiter und so fort ja so das ist das problem und so schreckt man die leute ab ja ich habe ich habe die mond die mond die mondbräune habe ich wie ihr sehen könnt ich bin ich heute heute wollte ich eigentlich so ein foto machen ich habe gerade trainiert gehabt und da wollte ich eigentlich so ein foto machen vom oberarm und der war so weiß boah krass aber ist ja nicht so schlimm oder wisst ihr eigentlich früher wie oft ich auf solarium gegangen bin ich sah aus es gibt ja so einige fotos sogar von mir von früher wo ihr sehen könnt bei einem foto bin ich glaube ich 16 oder so dass ich sowas von braun aus aber habe ich keinen bock drauf gut das wollte ich nur gesagt haben deswegen leute guck mal das was du gerade gesagt das falschen account aufmachen wir müssen uns nicht verstecken das ist gerade der fehler guck mal dadurch wurde der dauer massiv geschädigt massiv geschädigt liebe geschwister durch diese einstellung ich muss mich verstecken bevor ich mich dazu bekenne dass ich vorträge von von pia vogel mir anschaue warum warum steht man nicht zu dem was man macht wofür schämt man sich das ist die beste dabei die man geben kann ja vor kurzem schickt mir einer ein gespräch guck mal was mir einer geschrieben hat ja der ist so und so und er ist dieses und jenes und jenes und dies er schaut sich immer meine vorträge an da sagt er ja echt ja wirklich habe ich gar nichts er tut so als wenn ich habe jetzt nicht mehr genau das gespräch ich habe mir tausend sachen um die ohren ich sage zu ihm hast mich nicht verteidigt warum sagst du nicht zu ihm so und so und so und so sieht dieser raus warum tust du so als wenn du so unwissen bist und keine ahnung über mich hast da musst du direkt sagen was erzählst du da für ein quatsch du siehst den am jüngsten tag direkt sagt schickt ihm direkt das video hier am jüngsten tag eben ein bruder ein anderer bruder der macht auch eine dauer seite der bruder ist marshalat aber kann man ist am 15 200 lockdown vorbei kann ich mir kaum vorstellen auf jeden fall nur mal so nebenbei ein bruder der auch dauer macht hat mit jemand über den islam geredet und hat er mit hat er die screenshots geschickt er hat gesagt ja da hat ihm ein minütiges video von tik tok geschickt weil der weil dieser mensch sowieso mit der religion nicht so wie ich das verstanden habe nicht viel zu tun hat ein minütiges video das hat er sich sehen sie das war schon zu lang für ihn das video es konnte sich gar nicht angucken wo ich drei koran versen nenne und da meinte ja ich habe ein reines herz und ich will mir so videos von solchen leuten nicht angucken weil es gibt leute die die religion missbrauchen und ja genau die die religion zu ihren eigenen zwecken missbrauchen und irgendwas anderes noch hat der bruder was hat der bruder direkt gemacht der bruder direkt guck mal du hast gerade gesagt er missbraucht die religion zu seinen eigenen zwecken hat ihm direkt das video ich werde keinem am jüngsten tag vergeben von mir ja und du musst und von wegen leute beschimpfen und so weiter du musst erst mal aufpassen was du sagst und so weiter was war er hat sofort seine meinung zurückgenommen so bringt man die leute zum nachdenken so bringt man die leute nicht jemanden praktisch indirekt recht gibt weil unsere dauer muss verbreitet werden handelte heute wieder ein jude den islam angenommen was geht ab das imperium schlägt zurück meine lieben geschwister der prophet alle ist er dazu wurde gehaktet er wurde bekämpft er wurde mit steinen beschmissen ich kann es nicht begreifen ich kann es nicht begreifen wie es muslime gibt die noch eine einzige intakte gehirnzelle in ihrem hirn haben dass sie denken bloß weil irgendwelche afd anhänger oder islamhasser gegen einen sind ja dass sie dass sie dass das bedeuten würde dass ich dass ich falsch läge das fleisch was man kauft muss hellel geschlachtet sein außer fisch sorten das heißt wenn man fleisch kauft dann muss man das hellel geschlachtet kaufen denn es ist nicht so wie einige gelehrte sagen dass der assel ist sie ist ahlul kitab in deutschland haben wir nach empirischen studien 50 prozent atheisten die sind nicht ahlul kitab dann die schlachtmethode muss stimmen und die stimmt und das ist nicht der assel wie in medina weil das beispiel wurde gebracht von einem islamischen gelehrten den ich sehr 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 schätze er wurde danach gefragt hat gesagt man muss nicht danach fragen weil der prophet alles dazu auch nicht gesagt hat bei den juden in medina das man fragen muss bei den juden medina war es aber so dass es wirklich bekannt waren als juden und die zweite sache dass sie tatsächlich schichten wenn du zum beispiel bei einem juden kaufst koscher geschlachtet koscher land kannst du kaufen bei ihm ganz klar weil sie schichten das fleisch im namen vom gott von moses alle ist nummer eins nummer zwei wenn du weißt da ist ein christ der das fleisch geschächtet hat hier gibt es noch die manchen wie ist es mit dem namen bismillah reicht es dann wenn ich bismillah über das geschlachtete sage oder nicht die nächste sache ist es gibt diese eine sorte fleisch da steht hinten hellel drauf hinten hellel die machen hähnchenfleisch hähnchenfleisch wie heißen die noch mal meeresfrüchte auch es gibt einige min es gibt eine minderheiten meinung untergelehrten dass meeresfrüchte nicht hellel sind ja da gibt es die minderheiten meinung aber die meisten gelehrten sind nicht dieser meinung so weil der prophet wurde nach dem wasser des meeres gefragt nach dem genau wiesenhof da kommen wir gleich zu der profiter leser wurde nach dem wasser des meeres gefragt ob man damit wudu machen kann da sagte er es ist die rohme anhelu meitatu das heißt das wasser des meeres ist reinigend man kann das für wudu benutzen weil das ja salzig ist und das tote davon ist hellel das heißt auch wenn das tier nicht geschächtet wurde kann man das essen und das ist vom meer und meeresfrüchte sind auch aus dem meer jetzt zu wiesenhof ok wiesenhof steht hinten hellel drauf ich habe damals jemand ich habe jemanden getroffen gehabt einen ägypter der bei mir thicker ist also vertrauenswürdig ist und der mir gesagt hat dass er zu einer gruppe gehörte die das überprüft haben bei wiesenhof bei wiesenhof ok und da steht hinten hellel drauf und er hat das überprüft und er sagt das ist hellel und ich gehe nach dieser aussage von dem bruder ich esse auch von wiesenhof wenn jemand sagt er vertraute nicht ist es seine sache wenn die hellel draufschreiben aber ist nicht hellel und ich habe auch meinen bruder gefragt ist deren sünde ist nicht meine sünde ich wollte es nur gesagt haben von wiesenhof wo hinten hellel darauf steht ich esse das genau hast du kontakt mit aber ich habe mich letztens letztens habe ich kurz mit ihm gesprochen jetzt kommen wir ja gibt es möglichkeiten entweder ich hatte die nummer damals ich habe sie jetzt oder ich habe zum beispiel jemand telefonierten aber überrasch hat neben dem wollte ich nur so gesagt habe ich kurz mit ihm gesprochen dünner ja ich mag dünner gerne bei uns vor allen dingen da gibt es einen da gibt es einen kurdischen dünner imbiss der ist sowas von hammer allahu akbar das sind so das sind so brüder aus aus dem aus dem irak sowas absolute weltklasse nein mit dem juden mache ich kein mache ich kein live stream ist solarium haram erstmal solarium ist natürlich haram wenn man es übertreiben ist gesundheitsschädlich wird okay dann ist es haram dann muss man schauen wie ist das genau eine frau soll sich nicht entblößen außerhalb des hauses ihres mannes außer für eine notwendigkeit das ganze nicht sagen dies beim arzt oder bei der ärztin oder toilette oder irgendeine aber das ist keine notwendigkeit was ist wenn sie ein solarium zu hause hat früher hat man sich immer solarien für zu hause gekauft ja das heißt solarium an sich ist nicht verboten wenn man es nicht übertreibt aber eine frau soll sich wegen sowas nicht außerhalb des hauses ausziehen die frage ist natürlich wie wäre es mit einem gesichtsbräuner das wäre eine andere sache weil da müsste sie ja nicht ihre aura entblößen wie sollte man reagieren wenn die tochter ein sehr westliches leben lebt man sollte versuchen sie vom islam zu überzeugen vom juden koscher kann man essen manche gelehrten sagen man darf gelatine essen wo schwein enthalten ist weil es chemisch verarbeitet wurde okay darauf gehe ich jetzt kurz ein ich habe einen vortrag darüber alles um uns herum ist schwein okay manche gelehrte sagen man darf gelatine essen schweine gelatine manche gelehrte sagen das darf man nicht essen erst diese meinungsverschiedenheit ist eine große meinungsverschiedenheit große meine die geht zurück auf eine messelle die nennt sich umwandlung eines stoffes die wird in der tahara in den meweheb erwähnt ja und das heißt dass ein stoff zu einem anderen stoff wird zu einem anderen stoff wird und die melikiten und die hanafiten sagen das ist hellel die melikiten und die hanafiten warum es geht zum beispiel um die messelle was ist wenn ich kot habe kot und ich trockne den kot der tod wird trocken ich verbrenne den und das der wird zu asche ist diese asche nun asche oder ist diese asche kot wenn ich sage diese asche ist nun asche und ich berühre diese asche oder ich habe diese asche an meiner kleidung und ich habe damit gebetet dann ist das asche und kein kot mehr dann darf ich damit beten andere gelehrte sagen gelatine ist chemisch umgewandelt aber wir wissen nicht was daran es ist was daran schädlich ist und deswegen dass in die hamba die und chefin ist es nicht erlaubt und leute ehrlich gesagt ehrlich gesagt ich kann es nicht begreifen ich kann es nicht begreifen in deutschland ja ja wo man 10.000 möglichkeiten hat nahrung zu sich zu nehmen das wegen den veganern ist der ganze supermarkt voll mit veganen gummibärchen und lebensmitteln und wir werden von tag zu tag fetter und jemand sagt ich will aber unbedingt gelatine essen der prophet sagte da mehr juli lasst was in dir zweifel weg für das was in dir keinen zweifel weg wo warum willst du wissen wo der dönerladen ist wohnst du hier in der nähe oder was döner mit salat aber was soll ich weiter über den erzählen ist ist einer marschallam bruder der der einer der besten in deutschland ist und haben wir da dass wir ihn haben haben da gab es auch irgendwelche leute die versucht haben wie fitner zu stiften ist mir zu ohren gekommen pier vogel sagt über ihn dieses und jenes oder was weiß ich erst mal jeder es gibt immer meinungsverschiedenheiten es gibt immer es gibt immer es gibt sachen wie die er vielleicht anders sieht als ich so ganz klar so aber das heißt nicht dass man keine wertschätzung für jemand hat ja imam schäf und ahmen hamel haben meinungsverschiedenheiten haben die keine wertschätzung und dann natürlich wir sind jetzt nicht imam schäf und imam ahmen hamel aber ich meine das jetzt als beispiel aber abu bakar hatten meinungsverschiedenheiten wir sind nicht auch mal abu bakar aber ich will das als beispiel geben natürlich gibt es meinungsverschiedenheiten aber das sind keine meinungsverschiedenheiten die ja gravierend sind oder oder was sind aktien haben okay aktien als akt mit der aktie so praktisch teilhaber von einer bestimmten firma wenn das was die firma macht und womit sie handelt et cetera et cetera haram ist darf so kein teilhaber davon werden logischerweise so und deswegen wenn du dich spezifisch für eine bestimmte aktie entscheidest würde ich dir einen ratschlag geben experten zu fragen und da gibt es zum beispiel halal check for you das ist deren deren thema mein thema ist nicht geld ich habe kein geld also ich habe nicht viel geld das war nie mein mein großes thema gewesen mein mein thema ist überzeugung vom islam da was wir etc akida schein argumente widerlegen und so weiter muss man gebete aus der vergangenen nachholen die man aus faulheit nicht verrichtet hat jetzt haben wir eine meinungsverschiedenheit mit abu bakar ok ok jetzt und ihr könnt dann schauen wessen argument ihr stärker findet abu bakar sagt abu bakar sagt dass da die gebete die man aus vergangenheit aus faulheit nicht gebetet hat muss man nicht nachbeten bringt nichts warum weil allah sagt im koran inna salate kanet al mu'minine kitabin maukute allah sagt im koran das gebet ist zu bestimmten zeiten vorgeschrieben und diese zeit ist verlaufen und du hast es absichtlich nicht gemacht und der prophet sagt in einem hadith der prophet sagt in einem hadith man name an salatina und nasiha fal yusali haina dakar ha wer ein gebet verschläft oder verpasst der soll es nachbeten wenn es ihm einfällt der sagt nicht wenn du es absichtlich nicht gebetet das sollst du es nachbeten das die meinung von abu bakar meine meinung ist meine meinung ist der prophet sagt wer ein gebet verpasst hat vergessen hat tschuldigung vergessen hat oder verschlafen hat der soll es nachbieten wenn er sich daran erinnert ich sage wenn er es sogar nachbeten muss wenn es verschlafen hat oder sich erinnert als es vergessen hat und normalerweise muss es zur richtigen zeit beten dann muss er es erst recht nachbeten wenn er aus absicht aus faulheit nicht gebetet hat kapiert oder soll ich es noch mal wiederholen soll ich es noch mal wiederholen – 1 1 – 1 Bruder, was die Medaip Wo steht im Koran, dass Pädophilie Haram ist? Wo das steht? Steht in der Sunna. In der Sunna steht Das heißt, keine gegenseitige Schädigung und niemanden schädigen. Und wenn man jemanden schädigt, dann ist das verboten. Was hältst du davon, dass Ägypten gegen Blogger vorgeht, die der Gesellschaft moralisch schaden? Dass Sisi ein Tyrann ist, weiß da wohl jeder, oder? Ich weiß nicht, gegen welche Blogger sie da genau vorgehen, keine Ahnung. Wenn sie gegen Blogger vorgehen, die die Gesellschaft moralisch, ich weiß ja nicht genau, um was es da geht, dann, Alhamdulillah, geht man ja hier in Deutschland auch vor. Wenn jemand gegen die Gesellschaft hetzt oder zu Gewalt aufruft oder zu etwas Schlechtes aufruft, das heißt, wenn die gegen Blogger vorgehen, die unislamische Sachen verbreiten, Alhamdulillah, dann machen sie es richtig. Aber wenn sie gegen Leute vorgehen, die den Islam verbreiten, ja, dann sieht die Sache anders aus. Habt ihr es gecheckt, was ich gesagt habe, mit dem Gebet nachholen, oder nicht? Boah, jetzt geht hier richtig die Post ab, was ist los? Möglichstens muss in Deutschland Madhav folgen. Guck mal, Madhav folgen, schau dir bitte meine Vorträge darüber an. Zum Beispiel, Peer Vogel diskutiert mit islamisch, mit türkischem Bruder Madhav, Entstehung der Madhav. Kennst du Abu Mikael? Ja, ja, den kenne ich. Der hat sogar damals, als er noch angefangen hat mit der Religion, hat er die Zeitung Einladung zum Paradies. Das ist unsere frühe Internetseite. Die hat er designt. Der hat er designt. Der war der Designer und der, der die Seite aufgemacht hat. Einladung zum Paradies, die kennen bestimmt viele. Was ist ein Kuffar? Es gibt nicht einen Kuffar. Es gibt einen Kaffir. Kuffar ist die Mehrzahl. Was sind Kuffar? Kuffar sind alle Leute, die nicht dem Islam angehören. Ganz einfach. Und nicht, wie es jemanden gibt. Man ist erst ein Kaffir. Da gibt es jemanden in Berlin, der so einen Schwachsinn erzählt. Wenn man mit ihm 25 Jahre über die Religion erzählt hat und bla bla bla. Nein. Man geht in die Hölle, wenn man die Botschaft bekommen hat und sie wissentlich abgelehnt hat. Aber man gilt in Dunja als ein Kaffir, wenn man nicht dem Islam angehört. Punkt. Wenn man die Botschaft bekommen hat, geht man in die Hölle. Wenn man sie nicht bekommen hat, kriegt man sie am jüngsten Tag und dann wird es sich entscheiden. Bin beruflich Busfahrer, nutze auf der Arbeit immer Mess, Socken zu rüber streichen. Ist alles in Ordnung? Natürlich. Super. Mach das. Aber da darfst du natürlich nur 24 Stunden über die Socken streichen. Was denkst du über vegan sein und muslim sein? Es ist nicht vorgeschrieben im Islam, nicht verpflichtend im Islam, Fleisch zu essen. Aber es ist verboten zu denken, dass es falsch ist, dass man kein Fleisch essen darf, etc. Und Allah hat uns nicht umsonst erlaubt, Fleisch zu essen. Aber ich kann nicht sagen, dass es für jemanden verboten ist, vegan zu sein. Dominik Schmitz ist ein Kaffir. Natürlich. Dominik Schmitz ist ein Kaffir. Man muss sich die Bücher ansehen, man muss gucken, was er verbreitet hat. Hat mit dem Islam nichts mehr zu tun. Ist ganz klar. Nur man ist bei ihm eine andere Taktik gefahren, damit er die Muslime eher beeinflussen kann. Weil er ist ein Frontrunner von Claudia Danschke. Und er wird von ihr bezahlt. Was heißt von ihr? Das Buch wurde geschrieben, er steht auch hinten drin. Ich habe das direkt gedacht, die ganzen Thesen, die er verbreiten will. Ich habe sofort eine Einigung des Verbreiten gefragt. Das sieht aus wie die Thesen von Claudia Danschke. Er soll genau den Dorftrottel Ex-Selefisten darstellen. So, ja, ich war früher ein Opfer, ich war am Kiffeln, ich hatte Mädchen, ich hatte dieses, jenes. Und da habe ich mir gedacht, ey, wie kann ich denn noch cooler sein? Auf die Penne, 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 anderes Wort für Schule, sprich sagt ja kein Mensch mehr, hatte ich keinen Bock mehr gehabt. Und so, ey, und dann wollte ich cool sein, habe ich mir Jelabia angezogen. Ne, so auf diese Art und Weise. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und dann denke ich, boah, das sind doch alles so. Der soll so das typische Klischee vom Opfer darstellen. Wie das Claudia Danschke überdacht. Er ist alles Leute, die nicht gefestigt waren, im jungen Alter da hingegangen sind und bla bla bla. Und dann, der hat sich voll auf mich abgesehen, ja. Der hat sich voll auf mich, der Typ, der Typ, der Typ hat sich voll auf mich abgesehen, im Buch. Dann schreibt er in dem Buch. Dann schreibt er. Er hat immer gefragt, ja, hast du eine Frau für mich, hast du eine Frau für mich und so und so und hin und her. Und dann hat er geheiratet und da habe ich ihm gesagt, wie viele Frauen hast du denn geheiratet? Zwei oder drei? Aus Spaß. Aus Spaß, ja. Und dann auf jeden Fall schreibt er, das werde ich ihm nie verzeihen. Was habe ich denn gemacht? Was war denn jetzt so schlimm? Subhanallah. Auf jeden Fall. Dann habe ich hinten in dem Buch geguckt, dann steht da, mein Dank geht auch raus an Claudia Danschke, ohne die dieses Buch nicht möglich gewesen wäre. Claudia Danschke, ja. Ich will nicht zu beleidigend werden. Ich will nicht über ihr Äußeres reden. Deswegen lasse ich das. Claudia Danschke ist diejenige, die Islam-Expertin für den Staat, die die ganzen Jahre die Verfassungsschützer immer auf die falsche Fährte geschickt hat. Immer gegen uns. Die ganze Zeit. Sie ist so eine Versagerin, so eine Versagerin, sie hat noch nicht mal einen vernünftigen Friseur gefunden. Entschuldigung, das musste raus. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, diese Frau, diese Frau ist von ihm die Mentorin. Und er hat 14.000 Euro, hat mir ein Anwalt gesagt, wenn ich das so richtig im Kopf habe, für das Buch bekommen. Das hat ein Ghostwriter geschrieben. Deswegen sind da auch Brücher, Wörter drin wie, in der Penne hatte ich keinen Bock gehabt, Alter. In der Penne, Penne, Schule. Penne ist ein anderes Wort für Schule. Absolut, ein absolutes Opfer. Und er geht jetzt von Schule zu Schule, schicken sie ihn jetzt, dann redet er da. Ja, ich wollte mit euch über meinen Weg reden, aus der Deradikalisierung heraus. Ich war früher radikaler Selefist, rechte Hand von Pierre Vogel und Sven Lau. Ich hatte voll was zu sagen gehabt. Alter, ich war unter ihnen. Der Typ war, er war immer, wisst ihr, wie Sven Lau ihn genannt hat? Der Patient hat er den genannt. Weil er zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, hat Sven Lau mir auch erzählt, dass er seine Frau zusammengeschlagen hat. Jetzt ist er mit der Zeit, als er bekifft gewesen ist. Und er erzählt dann dort halt, ja, dann haben wir zwischendurch, habe ich mir mal wieder einen geraucht. Und dann erzählt er so von seinen Sünden, die er zwischendurch gemacht hat. Um so zu sagen, ja, guck mal, die Musli, diese Selefisten sind alle nur vorne rum so gläubig, aber hinten rum sind sie so und so. Verstehst du? Erstmal, wir machen alle Sünden. Ich habe nie gesagt, ich bin heilig. Ich bin Frau und nicht islamisch verhüllt, gehe ich sicher in die Hölle, obwohl ich sonst die meisten islamischen Regeln befolge. Wer hat gesagt, dass eine Frau, die kein Hijab trägt, sicher in die Hölle geht? Hat das irgendjemand gesagt? Also hast du das irgendwo gehört? Wer sagt das? Aber ich will dich natürlich jetzt, aber ich finde die Frage auch falsch, weil, warum fragst du, gehe ich sicher in die Hölle? So nach dem Motto, ja, okay, wenn ich nicht sicher in die Hölle gehe, dann kann ich ja weiter ohne Hijab rumlaufen. Das sollte nicht die Einschätzung sein, das sollte nicht die Einstellung sein, die wir haben. Wir sollten nicht sagen, ja, wir sollten nicht sagen, ja, wie ist das denn, sollten wir, ist das die Sünde so groß oder ist die Sünde so groß? Ja, okay, wenn sie so groß ist, die Sünde, dann lasse ich es mal lieber, wenn sie nur so klein ist, dann lasse ich es lieber. Wir sollten lieber schauen, wem sind wir ungehorsam gegenüber? Ja, man sollte sich immer vornehmen, sich zu verbessern. Aber im Allgemeinen sagt Allah in Surah 4, Vers 48, Allah vergibt es nicht, dass man dem Götter beigesellt, aber vergibt, was darunter ist, wie man will. Mit Hijab verhungert man in Deutschland, fürchte Allah für solche Aussagen. In Deutschland verhungert gar keiner. Guck mal, wenn es bestimmte Aussagen gibt von Bestrafung, von Bestrafung im Koran oder Sunnah, außer dem Shirk, ist das immer so. So, das ist die Strafe und sie ist aber offen für die Vergebung. Okay? Der Engel Gabriel ist der heilige Geist im Islam. Richtig. Das sagt zum Beispiel Abdullah ibn Omar, einer der Sohnen von Amal al-Khattab. Die Leute, die am besten den Koran interpretieren konnten. Dies geht aus authentischen Hadithen in beispielsweise Bukhari oder Muslim hervor. Ich frage mich überhaupt, wie Muslime momentan immer auf diese dämliche Frage kommen, wahrscheinlich von diesem Bekloppten, der erzählt, und den habe ich gleich wieder widerlegt, da kommt gleich in Schade eine Widerlegung, wo er über das islamische Totengebet redet, das kommt gleich, ja, hier die Prinzessin aus Amerika, die angeblich Arabisch kann, das ganze Buch ist voller Arabischfehler, er kann noch nicht mal die einfachsten Wörter deklinieren in der arabischen Sprache, ein absoluter Noob, keine Ahnung von der arabischen Sprache, ja, und macht einen auf Ex-Muslim und ich habe Ahnung davon und bla bla bla, und zitiert aus Büchern, die es teilweise gar nicht gibt, oder verfälscht Wörter absichtlich, er übersetzt das Wort muhkamad klar deutlich, übersetzt er als muddilat, irreführend, ein Lügner, über den ich mehrere Videos gemacht habe schon, aber die leider von den Muslimen nicht verteilt werden, um die Religion zu verteidigen, weil sie Angst haben, sie könnten dann als Salafist abgetempelt werden, ja, und gleich kommt wieder ein Video, wo dieser Dorftrottel erzählt, in seinem Buch, dass das Totengebet im Islam im Sitzen stattfindet, im Sitzen, und beim Begräbnis, beim Begräbnis, ja, das Buch ist sowas von voll mit Schwachsinn, es ist der absolute Wahnsinn, der absolute Wahnsinn, aber ich verstehe nicht, warum die ganzen Geschwister, warum die ganzen Geschwister sich diesen Schrott angucken, mit jedem Klick auf diese Videos, fördert man sein beschimpfendes Propheten, mit jedem Klick auf die Videos, fördert man sein Video, dieser Typ hat gar nichts studiert, dieser Typ ist ein absoluter Vollidiot, es ist unfassbar, wie jemand, äh, total sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit hat, alles falsch macht, in der arabischen Sprache Sachen absichtlich auslässt, der, der erwähnt einen Hadith, dann lässt der ein Stück aus, ein Stück aus, ja, und übersetzt dann, äh, bei, in der arabischen Original steht das, steht das, was weiter da steht, und in der Übersetzung lässt er es einfach aus, und dieses Weitersetzen, verändert die ganze Bedeutung des Hadithes. Habe ich auch einen Vortrag darüber gemacht. Denkst du nicht, dass Sven Lau ein V-Mann ist? Nein, der ist mit Sicherheit kein V-Mann. Auf keinen Fall. Wenn Sven Lau ein V-Mann wäre, dann, guck mal, ein V-Mann arbeitet doch nicht offensichtlich, offensichtlich im Aussteigerprojekt mit. Sven Lau ist offiziell im Selefisten-Aussteigerprojekt. Ein V-Mann ist jemand, der in der Mitte ist, um, um, äh, äh, um, äh, Informationen zu sammeln. Das ist ein V-Mann. Sven Lau ist im, ist offiziell im Aussteigerprojekt. Ein Lieblingsvers, ich habe viele Lieblingsverse, ehrlich gesagt. Gut, meine lieben Geschwister, dann wünsche ich euch was, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.